Ich hatte so eine Idee fürs Haus, aber irgendwie hat die nicht so geklappt wie ich das wollte. Ich brauche viel zu viel Holz. Wehe, du nimmst meine Bäume, ich hau dich. Nein, Quatsch. Ich hau dich. Ich baue die eh wieder an. Ich warte. So, ist das jetzt in der Mitte? Ich glaube das Ding ist jetzt in der Mitte. Und... ... 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 da muss ich erstmal schwarzeiche besorgen schwarzeiche zu dunkel weil ich die tür auch ganz geil in schwarzeiche finde deswegen das wenn alles in schwarzeiche ich habe das gefühl ich würde mein haus 300 jahre brauchen dass ich schätze wenn ich wenn ich alles habe was ich brauche werde ich mein haus zwei stunden mit innen einrichtung ist gut läuft so ein gefühl ich werde wieder so faul sein kann man für die innen einrichtung des faules sein das macht doch voll bock also bei mir jedenfalls was habe ich da jetzt gebaut wieso schwebt hier holz in der luft ach das war ein pilz wir hatten hier einen pilz abgebaut ich habe keine pilze abgebaut du hast du den pilz hier abgebaut ich weiß nicht nein du musst mal wissen ob du einen pilz abgebaut hast pilzblöcke ich weiß nicht also ja wie alt bist du eigentlich dass du ein gedächtnis wie ein sieb hast sehr alt ja das bringt doch nichts die abzubauen du brauchst dann eine behutsam eine axt mit buchsamkeit sonst macht das keinen sinn kommen nur pilze raus wahrscheinlich auch gemerkt die erste ebene ist fertig vom brot nachher unglücklich scheißhändler was machst du hier auf meinem grundstück habe ich mich erschrocken leute ich gucke mich an ja weil du geflucht hast ups what ok ich krieg ne treppe schonmal gerade nicht gebaut nooop vergessen alle dass hier ein händler war ja ok hast ihn umgebracht ja ich hab einer trug ich hab einer säuft ähm leute das stinkt dass ich wie baut man eine treppe mit diesen eichenholztreppen ja kommt drauf an wie du es machen willst ne ich hab ja was du für eine treppe haben willst einfach eine gerade nach oben eine gerade nach oben eine schreckliche treppe oder eher eine treppe ich helfe dir sofort eine 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 ne leg mich nicht auf eine schreckliche treppe ja ich merke ich merke und es hat erfolgreich gut funktioniert ich bin gleich da gott habe ich mich jetzt von dem vogel hier erschrocken meine frisse böser vogel nicht fluchen gar nichts dafür dass er mich mobbt aua es gibt halt keine regeln wie du was bauen kannst sollst oder so ne das ist halt auch immer geschmackssache ich will einfach nur wissen wie ich eine treppe nach oben kriege mir wird mir will ich nicht wie diese ähm 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 eichenholztreppen stufen dinger einfach nach oben bewege oder setze oder was auch immer mobbing definitiv mobbing wo soll ich starten schau mal hier und dann soll es nach oben gehen kannst du dir überlegen ob du die unteren da abbaust aber ich finde es sieht halt dann meistens doch schöner aus doch doch das sieht das ist gut aus gefällt mir ach ok ach ok jetzt verstehe ich wie du das machst ach ok verstanden ich setze halt immer unten einen gegen mhm den hab ich falsch rum gesetzt und ähm dann dann einen drauf so ach ok ok dann könntest du zum beispiel hast du noch wenn du zäune hast könntest du hier noch zäune dransetzen hast du ein geländer ne ich will das moderne halten ich glaub ich will kein geländer glaube ich oh mini zombie mini zombie ein bing oh mein gott ist das süß oh mein gott der lasst mich an der ist nicht süß verpiss dich oh mein gott ich dachte das nicht schön ich 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 finde das richtig gut ich laufe weg schreie baby zombie und lass dir oh ist der süß ne lass dir ich lauf nicht ohne grund weg aber was ich wollte dich adoptieren ich wollte dich adoptieren du bist süß verpiss dich die sind die sind oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott verpiss dich verpiss dich mach nicht mein haus kaputt bett ne die machen nicht das haus kaputt der macht nur ordentlich schaden ich fliehe zu louis louis nein habe louis der hasst auch diese baby zombies ach so ja und dich holt ein zahn und ich bin hier oben auf meiner mauer ich bin sicher vor dem baby zombie schön für dich oh gott er wartet dann noch auf mich leute ja müssen wir warten bis tages das ist so mobbing ohne scheiß du kannst mich ja besuchen solange das schaut echt gut aus du machst es los finde ich gefällt mir wirklich sehr i like it i like it oh das sieht wirklich gut aus finde ich auch mit dieser fensterfront schau so richtig geil aus ich hab wohl dir holz geklaut ich kenne schon an wie tice oh gott nein hör auf darüber zu reden bitte oh mein gott oh hier ist ein ender oh mein gott ich weiß wie das Ding heißt ach so scheiße ein ender die heißen enderman ach so aber es ist schon es ist schon ein guter Anfang es ist ein Anfang ja okay das ist ein und wenn es ein weibliches endergirl oder was ne gibt es nicht ja das sind dann die enderdrachen das sind dann die enderdrachen die endergirls die enderschnecken was hat sie so behindert an was die enderschnecken please ignore bitte ignorier den boss manchmal red ich einfach nur quatsch so manchmal hm du bist schrill das ist der wichtige ich hab äpfel woher hab ich äpfel die kommen wenn du bäume fällst vom laub uuuuh kannst du essen cool vermungere dich wir müssen es nicht okay and eat this fucking stuff louis nicht so vulgär ja bitte danke meine vulgären ausdrücke sind nicht so vulgär wie deine ich find auch gut dass louis nur den halben pilz abgebaut hat und hier so irgendwie so ein so ein fliegendes etwas da gelassen hat ich bin sehr kreativ hm kannst du abbauen sieht sowas von scheiße aus wie ist der denn bitte ich kann mich nicht daran erinnern als ich jemals einen pilzbaum abgebaut habe ja anscheinend ja schon weil ich war es nicht und ich weiß dass hier ein pilz war und auch ich sehe auch die überreste von diesem pilz und da man die nur mit einer behutsamkeitsaxt abbauen kann nehm ich an dass du das warst wie kann es sein dass mein charakter nur seitlich durch die tür passt wie fett ist mein charakter seid bitte ehrlich sehe ich in diesem kleid fett aus ja ich wusste es hätte ich jetzt ja gesagt hätte ich irgendeine schelle weggekriegt naja sie trägt ein weißes kleid weiß da kann man nichts verstecken oh gott oh gott das zombie guckt mich an oh mein gott wieso guckst du mich so böse an ich hab dir nichts getan der ist gleich weg es wird doch gleich tag ein holzschwert ein steinschwert oh ein steinschwert habe ich so so jetzt bist du dran ich hab keinen platz unten so so komm her so ich hab's geschafft leute ich bin ganz voll stolz heureka voll die begeisterung heureka ja louis ist eh so begeisterung in person ich weiß ich baue jetzt hier einen baum an den bitte nicht fällen weil den brauche ich ja louis den baue ich hier an das ist ja nein ich würde auf mein haus aufpassen wenn ich dir wäre das würdest du dich nicht wagen ich töte dich ich haue dich jetzt bauen wir eine geheime tnt kanone auf mein dach ich glaube mein haus wird zu groß für das gebiet hier so ich hab's geschafft eine treppe mit nicoles Hilfe so dein haus kleiner nicole nein das geht nicht alles hier ist super alles hier macht Spaß alles hier ist super cool ja mancher fühle ich mich wie Tadeus und Spongebob in einer person? das kann ja aus werden das ist wirklich strange ist das das ist das ist du musst du musst ja ich bin Von dem Namen wollen wir gar nicht anfangen, ja. Ey, ich sag's ja, meine Mutter konnte das immer nicht aussprechen. Dieses Schwammkopf fiel so schwer, wird mal Schwanzkopf gesagt, ja. Genug gedacht. Steinaxt. Ach, die ist da vorne, meine Fresse. Kann es sein, dass ein Baum im Haus nicht wächst? Oder wächst er doch? Ähm, wenn nicht genug Licht oder Platz ist, dann wächst er da nicht. Aber ich hab da gar keine Decke drauf. Schau mal, ich dachte hierher, was hierher voll schön ist, wenn hier so in der Mitte so ein Baum ist oder so ein Gedöns. Ähm, oder gibt's extra so Zimmerpflanzen. Und das Ding wächst. Manchmal dauert das auch ein bisschen, bis das wächst. Ach so, okay. Dass die wachsen ja nicht innerhalb von ein paar Sekunden, ich glaub einen halben Tag oder so, musst du da schon hinbekommen. I don't know. I don't know. Ich bin ungeduld. Ne, weil ich hatte hier schon mal einen Baum, der war... Ich dreh mich um, baue irgendwie einen Baum ab, zack, war der schon fertig. Deswegen war ich jetzt ein bisschen irritiert. Ja, das war dann Zufall. Also, du musst schon ein bisschen Zeit einrechnen für die Dinger. Ah, so viel Holz. Okay, hierher kommt dann die Kitchen. Die Kitchen kommt hier hin, glaube ich. Küche. 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 In diese Richtung kommt dann... Ähm. Ähm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ne. Doch. visualize, das ist noch ein bisschen hier. Ah, so ja, das ist noch ein bisschen hier. Okay. Nein! Du, da findest du so schweig. Scheiße. Zu lang. Wie war das? Das sagt man nicht. Halt dich doch schon. So. Hm. Klebt ihr noch? Ihr seid so still. Hm, genau überlegen. Was denn? Überleg laut. Ich nehme auf, überleg laut. Nee, ich bin echt am überlegen, wie ich das hier baue. Das ist alles nicht so, wie ich es haben will vom Platz her jetzt. Deswegen muss ich es umbauen. Ich seh das nämlich schon, dass das nicht passt. Okay. 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 Hier wird dieses Kitchens. Was ist das? Das ist. Oh, echt. Was ist das? alter wird durch dieses vieh einfach ab und ich habe sechs leben verloren ganz großes abschloch wirklich man wirft tolle menschen wie mich nicht ab luis ist gar nicht in so einem bahn ne leute ich finde ich auch was genau das ich brauche essen ich habe ein paar äpfel brauchst du äpfel nee von dir nehme ich nichts dein problem ist mir wurscht hast du pech wenn ich will ich hab jetzt schon äpfel aus dem vorgarten von nasa geklaut war mir klar ich bin gespannt wie ich tisch und stuhl und alles mögliche bauen soll coach mhm 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 ich glaube das brauche ich auch nicht ich baue grad holz mit meinem schwert ab und wundern ich wieso das so lange am arsch steht ich habe es gesehen hast du nicht guck weg da habe ich nach oben oh mein gott das steht da wie so ein stalker wie so michael krüger aus ding steht bei daylight was los mit dir oh mein gott ich glaube ähm ähm scheiße da kann mir ähm lois kann mir die ganze zeit so in die wohnung gucken und fühlen oh mein gott das war ein Fehler ja von meinem haus ach du scheiße hast du mir das schreck ich stand hinter dir die ganze zeit ja du bist ein stalker ja jetzt weißt du was ich hauptberuflich mache ja aber ich brauche das nicht genau zu wissen das weiß ich stalks die Colin für mich immer wir wissen ich kann halt echt schön aus meinem vorgarten so rausgucken wie schön für dich ok ich stehe hier einfach und schau dir jetzt zu schau dich oh verdammt ich hab den baum falsch gepflanzt was hab ich denn salat oder den baum hab ich gesehen nein hast du nicht na jetzt wird es langsam zu hoch was macht sie nun um an den baum oben ran zu kommen oh da kommt ein monster ich würde auch zu schießen du bist nicht ehrenloses fies hast du er kommen nein mein hausie geh weg bitte nicht explodieren bitte nicht ich bin tot oh man schlüpfe und der guckt zu ne so ein ehrenloser los da steht da aufguckst schau dich schau dich schau dich Nicole wir müssen ganz dringend die einstellung von dem spiel ändern bin ich der meinung was dass man wieder einen angreifen kann also mit einem mein ich Louis ja aber Louis wird immer bessere sachen haben weißt du also wirst du immer unterliegen ach du scheiße der ist ja immer noch da Louis hilf mir gehst du jetzt zu mir ins haus oder was bitte Louis hilf mich ich geh zu dir oh mein gott du bist an meiner grenze was machst du auf meinem grundstück hilf mir das ist mein eingang mein garten ist denn eingang na toll ja du wolltest das ja dahin bauen der wollte auf einer insel bauen mein garten ist keine insel Louis hab ich gehört das ist nicht mal auf deiner insel das ist auf wasser Louis Louis hier kommt noch mehr bitte hin es ist nur am meckern die ganze zeit ich meckere doch gar nicht oh mein baum ist gewachsen Nicole immer in meinem haus das sieht voll cool aus super was das ist so sie macht einen auf Öko-Braut nein tu ich gar nicht ich will das einfach nur hübscher haben Öko-Braut das ist mir jetzt hier zu anstrengen vor allem sie hat noch nicht mal das Dach aber kümmert sich schon um die Einrichtung ich mach keine Einrichtung ich lege grad Boden das ist mir hier definitiv zu anstrengend mit dem Schreihals ich mache überall Fackeln hin damit dir nix kommt ich hau dich gleich ich mag nicht mal entspannt jemanden zuschauen wenn sie später weg machen ey achso okay ich muss mich aber erst mal aufstehen ne nein oh manu erst mal hat sie über meinen Einkern gemeckert ich hab's doch gar nicht gemeckert oder? doch hast du ist das auf meinem Grundstück? gönn es mir wenn einer sagen Männer sind anstrengend hast du es so gesagt? nix alles alles gut ich glaub ich dir das nicht bau du nur dein Haus irgendwas passt mich ja nicht das Gedöns muss weg verdammt verdammt ich brauche Tiorit unglaublich ich brauch mir ein ganzes Tiorit hin es seht ja heimlich auf den Server gekommen Nee, scheiße, es ist einfach verbaut zu haben. Ich habe dich so viel Theorie verbaut. Ich weiß es nicht, Louis. Ich weiß es nicht. Warum weißt du das nicht? Weil du dich wieder nicht für mich interessierst, Frank. Weil ich hier mein Haus baue. Wieder. Oh, scheiße. Das ist dann gleich, weil der Nass ja einfach so lange zugucken bis Tag ist. Nein, das möchtest du nicht. Doch, möchte ich. Das sah sehr lustig aus, als das Monster da gerade kam. Ich fand das nicht so lustig. Vor allem, weil ich da rechts schon wieder ein Monster kommen sehe. Weißt du? Nein. Da geht man ins Wasser. Luis, hör auf. Ich mach das gar nichts. Er kann doch nicht so vieles in den Monster kommen. Nein, aber er verweist mich darauf hin. Wenn ich nicht weiß, wo die sind, dann sehen die mich auch nicht. Hoffen wir. Hoffe ich. Ähm, das wäre mir was ganz Neues. Ja, das ist mir auch neu. Okay, das wird von das komische Haus, wenn man nass ist. Okay, irgendwie ist das bei mir uneben. Wieso ist das nicht... Ah, greift mich denn da an? Bogenschütze. Oh mein Gott, ich will wieder passen. Bogenschütze, ich habe jetzt echt keine Zeit für dich. Ich weiß nicht, warum mein Haus oben eben ist. Warum das nicht gleichmäßig ist. Ich glaube, das weiß er auch nicht. Das passt. Oh mein Gott, ich habe es gekillt. Alter. Leben am Limit, Leute. Drei Skelett-Zombies. Ist das deren Ernst? Äh, Skelett-Zombies. Drei Skelette. Skelett-Zombies. Ich bin auch hier. Aua. So meine Sachen. Äh, wieso sind die alle hier? Ich bin noch weiter nach vorne gestorben. Naja. Alter, wie viele Bäume habt ihr hier gepflanzt? Lass meine Bäume in Ruhe. Das war ich. Das ist... Das war sie. Ja, das war ich. Ich habe hier hinterm Haus bei mir zwei Bäume gepflanzt, die ich brauche. Ja, das sind meine Bäume in Ruhe. So, jetzt mal gucken, woran das liegen kann. Wo habe ich mich verbaut? Oh mein Gott. Dieser Papagei hat mich gerade so erschreckt, dass sie ein Creeper ist, dachte ich. Gut. Auf einer Ebene. Ja. Oh, Louis, dass du mich erschreckt. Gleich hau ich dich. So einfach, dich zu erschrecken. Ich bin ja auch schreckhaft. So kann ich nichts. Mein Bruder macht das auch immer. Ich könnte ihn schlagen. Muster, könntest du eine richtige Feministin werden. Nee, danke. Und einfach die Männer am streichen. Ich schrei doch niemanden an. Was ist los mit dir, Louis? Ich weiß nicht. Ich schrei gar nicht niemanden nie an. Das war keine doppelte Verneinung. Ich ja? Nein. Nein. Und die Urit finden. Und gefunden. Gib halt an. Wo habe ich mich denn verbaut? Oh Mann. Das könnte ich mir ja kotzen. Oh, ja. Brauchst du nach Plan oder bauchst du einfach nur so? Nee, ich habe mir vorher einen Plan gemacht. Ich habe mir nicht wirklich einen Plan gemacht. Ich habe nur an irgendwas gedacht. Modernes Strandhaus. Das stimmt hier ganz und gar nicht. Das stimmt auch nicht. Was hast du wieder angestellt? Ich habe nichts gemacht. Bist du wieder ich? Vor allem, was hast du schon wieder angestellt? Wie sie direkt darauf anspringt. Wie sie wieder direkt darauf anspringt. Wie weiß man die, ne? Das ist das erste Spiel, wo ich dich irgendwie ansatzweise herkennen kann. Die ärgert dich leicht. Oh mein Gott. Über mein Haus ist das wie... Voll und ganz aus. So zu leile kommen die ganzen Bäume her. Die hast du gepflanzt. Habe ich mich auch gerade eben gefragt. Ja, aber ich habe sie nicht über meinem Haus gepflanzt. Einfach schwebend, Leute. Das meine ich. Okay, das... Bäume, die du abbaust, die spawnen nicht einfach so wieder. Außer du hast Samen gebaut. Ich habe ja Bäume gepflanzt, aber ich habe sie... Ich denke, es ist doch ganz gut. Das war bestimmt Louis. Ja, das gehört zu einem Baum. Das ist ein großer Baum, der einfach gewachsen ist. Hatten wir das nicht gerade eben, als ich dir zugeguckt habe, dass du da den Baum nicht fertig abgebaut hattest? Echt? I don't know. Ja. Das kann sein. Wo du dann gemerkt hast, dass der Baum ein bisschen zu groß ist, dass du da nicht vom Boden rankommst. War der nicht auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht. Vielleicht hättest du ja öfter dieses Problem. Vielleicht verruf ich dich. Ich brauche für die ganzen Bäume hier gerade, glaube ich, die Dynamik. Das würde schneller gehen. Am Ende sprengst du mein Haus mit... Übertreib halt. Das ist schon möglich. Du weißt nicht, was für eine Woche des TNT hat. Oh, sorry. Wenn eins zu früh explodiert, kann es das andere irgendwo hinschleudern. Also ich habe gehört, wir einigen uns darauf, dass Louis schuld ist. Habe ich nicht gehört, zufälligerweise. Ja, das ist gut so. Böse, Nastja. Ganz, ganz böse. Bin ich böse. Mach's jetzt. Mach's da übersetzt. Ich setze ja schon. Ach du Scheiße. Ich hätte wohl gerne einen Austrag genutzt. Ich brauche hier definitiv... Ähm... Eine... Eine Axt oder so. Oder so. Steinachs. So, wenn das jetzt nicht reicht, dann fliege ich aus. Shoulders, in der drüben ist derree maternal. Eimein. Und ich habe alle Puntenveden. Da ist es eher glücklich. Das ist mir gut, stimmt. D regret. Is das auch nicht fertig. Ich habe ja in der Übergere müssen... Und dann, uh, Schacter. Und im Spiel aus. Lock auf die�i Gang erklär. Ich habe wah Hallo HQ. keine ahnung ich kann mich nicht mehr konzentrieren dadurch dass ich das jetzt umbauen muss alles sieht das alles nicht mehr so aus wie es aussehen soll weil sie noch mal machen morgen mal gedanken machen wenn ich das jetzt nicht richtig mache das grundgerüst dann kann man mit dem dach später nicht deswegen muss ich mir jetzt gedanken machen wie ich das machen will es ist doch alles ein bisschen reiten verkehrt nicht mehr genau wie es eigentlich aussehen soll ab und zu wenn ich ein haus 2 im kopf habe so bestens ist aber nicht so ganz auf die reihe kette und die reihe kriege dann dann ziehe ich mir da so den grundfluss von oben auf das also manchmal hilft mir das natürlich das ja auch hatte ich habe ich ja aber dadurch dass du jetzt dein haus dahin gebaut hast du nicht alles ein bisschen drehen muss und ein bisschen anders machen muss damit das auch so passt wie ich das haben will muss ich jetzt umdenken soll ich mein haus abweißen jetzt habe ich das halbe grund ist habe ich das grundgerüst schon so gut wie fertig ist noch das letzte stück das ziel brauchst du jetzt nicht mehr ich muss muss nur überlegen wie ich es mache es steht ja schon ein teil das ist ja schon mal nicht so schlecht es關if es steht ja auch schon mal nicht so weit sie haben Track hecho man kann, denn wenn ich es auf menu Ich glaube, ich muss aber bald auch auf Theorie zur Suche gehen. Ich habe zu viel im Berg zwar abgebaut, aber ich glaube, ich brauche dann mehr bald. Ah, das hat uns weitergefallen. Kann der Zombie mein Haus kaputt machen? Nein, aber der Creeper. Creeper macht BOOM! Creeper macht BOOM! Dein Club ist ohne dich weg verloren. Creeper macht BOOM! Ja, er macht BOOM! Wenn du nicht glaubst, probiere es aus! Mach dann BOOM! Wenn ihn einen Blitz vorher trifft, dann macht er ganz großes BOOM! Scheiße! Hi Scheiße! Ungefähr so groß wie mein Haus BOOM! Das ist echt krass! Und am Ende rein alle! Mit alle meinst du mich? Ja, du ist, weil sein Haus weg ist! Also wenn du siehst, dass ein Creeper vom Blitz getroffen ist und extrem hell leuchtet, bloß nicht in die Nerven meines Hauses damit! Okay! Renn damit in den Dschungel! Und werde der halbe Dschungel weg! Oder lieber das! Böse Zombie! Einfach ins... Einfach ins Wasser! Einfach ins... Einfach ins Wasser! Ich brauche Glas, Jurid und dieses Eichenholz-Gedöns! Ich brauche Glas, Jurid und dieses Eichenholz-Gedöns! Na gut, ich mache mir hier auch eigentlich mehr Arbeit mit dem Theorie, das ich hier stelle hier hinten... Achso, und ich mache mir gar keine Arbeit! Nein, wenn du das sehen würdest... Ich glaube, man könnte das einfacher machen, aber... Hm... Einfach wär zu einfach, oder was? Ich denke einfach nicht einfach so... Ne, ich kenne das... Vielleicht kommt Nicole nämlich um die Ecke und sagt, du könntest es so oder so machen, und dann denke ich mir, warum war ich so blöd? Ich weiß nicht ganz genau, wie es so ablaufen wird... Hm... Ich bin hier bei mir beschäftigt... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss aber auch gleich ins Bett, ne? Also, kommt so langsam zum Ende. Ich bin halt jetzt so faul weiter... ... die Räder zu kommen. Ich bin fertig. Mit dem Nerven. Ich schaue nach Server dazu. Ich muss mich in mein Haus... ...setzen. Oh man, ich kann dich gar nicht sehen. Hexer! Ich bin in dem ganzen Dschungel gestrubt hier, wo ich es hier angebaut habe. Deswegen kann es nicht sein. Volle eingepflanzt hier alles voll. Entschuldigung. Ich bin in dem Moment... In dem Moment. Wie viel in dem Moment ist? Ich bin in dem Moment. du hast da wieder einen besucher vor deinem haus du hast deine kumpels nicht mitbringen so groß wird mein haus gar nicht ich dachte gerade ein creeper hinter mir und ich stehe direkt dann hast du es aber so kurz wieder weg hier nimm das fies mit ich habe es getötet danke lieber du ist klar gerne für dich doch eingang ist gemacht ich glaube ich habe meins ein bisschen groß gemacht ich will das nicht so groß haben weil die einrichtung ganz schlimm war jetzt und ich gebe euch jetzt noch fünf minuten weil dann ich muss wirklich schlafen und ich gebe euch jetzt noch fünf minuten